So, jetzt sind wir hier oben. Das ist sogar als Autobahn ausgewiesen, das ist die A7. Und da ist das Eiselmeer, Richtung Süden. Da unten irgendwo ist Amsterdam. Und wir fahren Richtung Osten. Zufahrt zum Stellplatz. So, die letzten zwei Plätze. Gut, super. Wir haben da jetzt wieder einen ganz tollen Stellplatz in Harlingen. 14 Autos haben da Platz und wir haben die letzten zwei Plätze bekommen. Und jetzt ist da eine Schleuse. Da geht jetzt die Brücke auf. Und jetzt geht die Brücke wieder zu. Drei Maler. Sagen wir mal. Hast du den da noch geworfen lassen? Nein, nein. Mach's mal sehen. Wie viele Leute kannst du aber ein Lachs machen lassen. Ich weiß was jetzt nicht. Filet. Zul, keine Länge. Zwei haben wir hergeworfen, das haut schon hin. Das ist mal eine gute Sache, was wir hier umeinander kneten. Das ist richtig gut. Weil wenn es mit den Fingern knetet ist, ist es richtig gut. Ich schaue da mal einen Haufen raus. Nehmen wir auch eine zwei mit. Danke. Da werden schon ein paar Portionen gehen den ganzen Tag. Niemand geht. Okay. Verlückt. Niemand geht. Niemand geht. Niemand geht. Niemand geht. Niemand geht. Niemand geht. Der kommt mit dem Fingern noch. Eine Drehbrücke. Vermutlich hier in den Dingen. Niemand geht. Das wird der Angelpunkt da. Ja. Hier ist der Angelpunkt. So, dann schippert sie raus mit dem Bogen, da geht wieder was rüber auf die Inseln und da unten ist schon da draußen, da müssen sie genau in dem Ding fahren, da hinten. Die Kirche hat jetzt mal die Tiere auf, da werden wir versuchen, oben reinzukommen. Alter Zigarrenhändler! Und noch eine Kirche haben sie da, die Giebeln sind gleich, kitzigerweise. Jetzt stehen wir. Die Brücke ist offen. Da ist Platz genug bei dem. So fahren wir halt dahin, im Norden von Holland. Und, same! Wir schauen, jetzt platzeln da. Die Weiberlet haben wir mal gefahren. Ja. Wir sind jetzt gleich wieder zurückgekommen. Von Radelfahren. Von Radelfahren. Jetzt sind wir einmal nach Griesland gefahren. Also in die Dörfeln draußen. Da ist es schon, also im Winter muss es furchterlich sein. Boah! Da ist nicht viel los. Nein! Nein! Ja. Solche Ecken gibt es bei uns gar nicht. Jetzt kommt bei uns ein kleiner Hupfer raus. Da ist ein Deutscher, der hat uns eben gesagt, dass das irgendeine Veranstaltung sein wird. Weil man sieht da eben, das ist gleich, bei dem blauen Boot ist die Nummer 6 drauf. Und beim anderen ist die Nummer 79. Jetzt ist aber, jetzt hat er auch dann... Achso, die darf ich jetzt erscheinen, weil die waren rein gefahren ohne Masten. Und jetzt hat er die, hat aber die Brücke recht auch getan. Und jetzt dürfen die noch nachfahren. Schau. Weil zuerst hat es zu Hause gesagt, weil man denkt dann, es gibt es ja nicht, dass er die reinlässt. Kann ja noch nicht voll gewesen sein. Das ist ja gar nicht. Ich meine, da ist bumm voll. Aber so kleine Schiffchen, wenn die Vieren nebeneinander liegen, dann wird es natürlich schon etwas sein. Jetzt kommt der Nächste. Jetzt laufen wir gegen den Strom sozusagen durch. Ja, und das ist jetzt der Fischerhafen, also Fischereien. Dass man da auch ein bisschen einen Überblick hat, was sich da so bewegt. Ich weiß nicht, ob man das so richtig einfangen kann. Das ist total. Schau an. Die Wolken da draußen. Der Zwischert ist blau unten. Da kommt jetzt noch die Kutter rein. Da haben sie halt so Dinge hergerichtet. Ja, die werden entweder kommen jetzt für den, der was kommt. Für den, der was kommt. Oder keine Ahnung. Wahnsinn. Die Wolken werden rausgefahren. Die Wolken werden keimen. Man sieht, wie sie das handhaben da. Aber das ist ja Wahnsinn. Die Wolken werden rausgefahren. Ja. Nein, das sind scholletjes. Das sind krabben. Krabben? Ja, das ist ja. Aber die sind alle dood. Ja. Ja, ok. Das sind scholletjes. Das sind kleines, ja. Scholletjes. Scholletjes, ja. Ok, bedankt. Ja, jo. Hahahaha, kijk! Ich sehe nicht viel. Oh ja hier. Ah, da nimmt zwei mit. Ok. Ja, da geht schon ein bisschen weiter. Ok. Hier auch ein paar. Die Lärm werden auch. Und da geht es bei ihnen. Eins nach dem anderen. Auch. Da vorne schiebt es an. Macht zwei. Scheint er auch. Die gehen jetzt da unten. Und da ist nicht... Ich bin da vorne schien. Ich habe eine Leute! Und da sind sie gut. Aber man ist... Nicht alle. Ich habe meine Leute. Ich bin da vorne und ich habe einen Eleuken. Ich bin da vorne und ich bin da vorne. Ich habe eine Bleu. Und da unten. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Und da unten. Onles. Bis zum nächsten Mal.